Danone steht als Unternehmen in der Milchfrische für Gesundheit, für Geschmack, für Genuss und für Nachhaltigkeit in unseren Produkten. Das ist das, wo wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag daran arbeiten, gemeinsam mit unseren Landwirten das Beste aus der Milch zu gewinnen und das schmeckt man. Was unseren Job so spannend macht bei Danone ist, dass wir jeden Tag unseren Konsumenten wieder neu von unseren Produkten überzeugen müssen. Dadurch, dass man jeden Tag vor dem Kühlregal eine Entscheidung trifft, kaufe ich ein Danone-Produkt oder kaufe ich kein Danone-Produkt und das ist herausfordernd und motivierend zugleich, weil am Ende des Tages sich die meisten Konsumenten natürlich für Danone-Produkte entscheiden. Mein allererstes Praktikum habe ich bei IBM in Stuttgart gemacht und habe damals schon noch als Praktikantin gemerkt, dass das unglaublich prägend ist, wenn man da nette Kollegen hat, in einem netten Umfeld gleich mit anpacken und gestalten kann und ich habe das als eine sehr positive Erfahrung abgespeichert und freue mich natürlich darauf, dass wir das jeden Tag mit unserem Praktikanten bei Danone ausleben und praktizieren können. Praktikanten sind für Danone eine ganz wichtige Mitarbeitergruppe. Schon sehr lange arbeiten wir mit vielen Praktikanten, weil wir unglaublich positive Erfahrungen damit gemacht haben, spätere gute Mitarbeiter aus unserem Praktikanten-Bindungsprogramm für uns zu rekrutieren und wir haben sehr sehr schöne Beispiele, wo ehemalige Praktikanten es bis zum Marketing-Manager oder bis zum Customer-Group-Director Sales gebracht haben und das ist natürlich unglaublich motivierend, solche Beispiele dann auch unseren Praktikanten von heute zu zeigen und zu sagen, wenn ihr euch anstrengt, dann habt ihr die Chance, eine unglaublich schnelle und gute Karriere bei Danone zu machen. Der Ansatz von YPD, über das Internet jeden zu erreichen und jedem die Möglichkeit zu geben mitzumachen, finden wir sensationell gut, weil es natürlich uns die Möglichkeit gibt, jeden auf unser Unternehmen aufmerksam zu machen und jedem die Möglichkeit zu geben, wenn er denn sich durchsetzt in der Challenge, ein wahnsinnig spannendes Praktikum bei Danone zu erreichen. YPD und alles, was dahinter steckt, hat uns von Anfang an sofort positiv angesprochen, weil es passt super zu uns. Es ist innovativ, es spricht junge, dynamische, kreative Leute an, die was gestalten möchten, die sich für ein Unternehmen wie Danone interessieren und insofern ist das ein Format, was perfekt zu uns passt. Wir erwarten von all unseren Mitarbeitern und deswegen auch von unseren Praktikanten, dass sie offen sind, dass sie neugierig sind, dass sie mit viel Begeisterung vom ersten Tag an mit anpacken, dass sie Spaß daran haben zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und dass sie sich in unsere sehr lebendige und dynamische Kultur mit Begeisterung einfügen. Wenn sich ein YPD-Praktikant am Ende durchsetzt und für Danone arbeitet, erwartet ihn jede Menge Spaß, jede Menge interessante Herausforderungen und die Mitarbeit in einem Team, das für Inspiration, für Erfolg und für Herausforderungen steht. Liebe YPD-Dealer, strengt euch richtig an, weil dann habt ihr die Chance, ein tolles und spannendes Praktikum bei Danone zu gewinnen. Wir freuen uns auf euch!